hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen video von once human es begrüßt euch melena und schön dass ihr wieder mit dabei seid in diesem video nur kurz und knapp wo man genau diesen holzfäller bieber finden kann hier ist das startgebiet wenn man dem tutorial folgt hat man irgendwann den teleport nach der 12 freigeschaltet von dort aus muss man dann in den süden richtung meyers market nicht weit von dort ist ein angestieg und dort kann man den bieber dann hat man den bieber dann in der sicherheitszelle sammelt dieser für einen holzblöcke außerdem kann man hier noch wünsche für den erfüllen wodurch das erholungstempo steigt er hier möchte zum beispiel musik in seiner nähe haben da habe ich ein radio in der nähe stehen und in der nähe vom garten ist er sowieso sollte er mal nicht dort zu finden sein hat wahrscheinlich ein anderer spieler ihn gerade geholt da muss man einfach zu einem anderen zeitpunkt dann wiederkommen guti und das soll es dann auch schon gewesen sein ich werde mich hier von euch verabschieden hoffe ihr seid auch beim nächsten mal wieder dabei schreibt mir gerne etwas in die kommentare ein däumchen mein träumchen und öh mit öh und wir sehen uns beim nächsten mal wieder